Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir zeigen, wie du in Google Sheets ein Dropdown-Menü erstellen kannst, um spezielle Werte in eine Folie einzutragen. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch zahlreiche Videos über Google Docs oder Google Slides. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Wenn du in Google Sheets ein Dropdown-Menü erstellen möchtest, beispielsweise um darin auszuwählen, welchen Wochentag du meinst, dann benötigst du erstmal eine Liste überhaupt mit den Inhalten von diesem Dropdown-Menü. Und in meinem Fall wäre das dann einfach Montag, Dienstag und die dementsprechenden folgenden Wochentage, also Montag bis Sonntag. Und um dann ein Dropdown-Menü zu erstellen, benötigt ihr die Datenvalidierung. Das heißt, ihr klickt dann in die Zelle, in der ihr dieses Dropdown-Menü erstellen möchtet. Klickt dann auf den Reiter Daten und den Punkt Datenvalidierung. Dann öffnet sich hier ein kleines Menü, in dem wir das Ganze dann gleich einstellen können. Wenn du mehr zur Datenvalidierung wissen möchtest, schau dir gerne mein Tutorial dazu an. In diesem Tutorial habe ich aber noch nicht erklärt, wie ihr ein Dropdown-Menü erstellt. Im Zellenbereich oder im Punkt Zellenbereich ist der Zellenbereich ausgewählt, in dem ihr ein Dropdown-Menü erstellen möchtet, beziehungsweise in dem ihr dann die Datenvalidierung anwenden möchtet. Das ist in meinem Fall die Tabelle oder das Tabellenblatt. Dropdown-Menü erstellen, Zelle B1, das ist die, die ich hier ausgewählt habe. Und dann müsst ihr bei dem Kriterium Liste aus einem Bereich auswählen. Danach müsst ihr dann den Bereich auswählen, das ist in dem Fall der Bereich A1 bis A7, dort, wo eben die Wochentage drinstehen, in der, also im gleichen Tabellenblatt Dropdown-Menü erstellen oder nur Drop-Menü erstellen, sehe ich gerade, habe ich das genannt. Naja, egal. Funktioniert ja alles trotzdem. Und dann haben wir das ausgewählt und hier ist dann der Haken gesetzt bei Dropdown-Lüste in Zelle anzeigen. Das müsst ihr unbedingt auswählen, wenn ihr ein Dropdown-Menü haben wollt. Ist das nicht ausgewählt, könnt ihr in die Zelle nur die Werte Montag, Dienstag bis Sonntag eintragen. Bei ungültigen Daten könnt ihr dann eine Warnung anzeigen oder die Eingabe ablehnen. Ich möchte jetzt einmal hier die Eingabe ablehnen und ich wähle hier auch noch einen Validierungshilfentext aus. Und zwar schreibe ich da rein, bitte wähle einen gültigen Wochentag aus. Und dieser Text wird dann angezeigt, wenn kein Wert aus dem Dropdown-Menü ausgewählt wurde, beziehungsweise ein anderer eingetragen wurde. Wie das funktioniert, zeige ich gleich. Wenn ihr diese Datenvalidierung dann soweit eingestellt habt, für euch geht ihr auf Speichern und ihr seht schon, in Zelle B1 ist jetzt so ein Pfeil aufgetaucht. Und hier können wir dann auf diesen Pfeil klicken und das Dropdown-Menü wird angezeigt. Und hier können wir dann den jeweiligen Wochentag auswählen etc. Und dann haben wir hier die verschiedenen Möglichkeiten. Wenn wir jetzt aber in dieses Feld einen Doppelklick machen, können wir auch beispielsweise einfach irgendwas reinschreiben. Und wenn wir dann das reinschreiben, was halt nicht in der Liste steht, dann steht hier, es ist ein Problem aufgetreten. Bitte wähle einen gültigen Wochentag aus. Okay. Und dann kann ich einfach einen gültigen Wochentag auswählen. Wenn ihr nur eine Warnung anzeigt, wird das als Warnung angezeigt. Und ihr könnt ja einfach alles reinschreiben, was ihr möchtet. Die Dropdown-Liste ist jetzt hier daneben abgebildet und man könnte theoretisch auch anstatt vom Mittwoch ABC eintragen. Und dann würde hier direkt ABC drin stehen, was natürlich dann keinen Sinn macht. Das heißt, wenn ihr diese Tabelle nutzen wollt, sodass die Leute nicht die Dropdown-Listen erstellen können, müsst ihr sie entweder gut verstecken, das heißt in irgendwelche nicht angezeigten Tabellenblätter packen, oder aber ihr sperrt diese Zellen für die Bearbeitung, sodass ihr nur ihr quasi erlaubt seid oder zugelassen seid, diese zu ändern. Schau dir dazu auch gerne mein Tutorial an, wie du in Google Sheets Zellen sperren kannst. Und das war's, wie du in Google Sheets Dropdown-Menüs erstellen kannst. Und wenn du keine weiteren Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal, like das Video, wenn es dir gefallen hat. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao! Bis zum nächsten Mal.